Gebrüder Nuggetei, wie schaut denn aus? Freund oder Feind? Kommt aus, oder? Bin der bekannteste Blutspender von ganz Himmelsrand. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Späten wir Blut. Bebe, schlug's ein. Victor, nehmen wir René. Zwei Leute druck. Was hat er denn gehabt? Ah, ihr seht schon. Waren nicht die erfolgreichsten Banditen. So, wir wollten eigentlich, wo wollte ich eigentlich hin? Wie du hier rüben. Haus schwarz tun. Könnte nicht da drum sein. Warte mal. Er hat einen Schuss in den Ofen. Da würdet ihr noch weitergehen, oder? Geht denn da hin? Wahrscheinlich zur Dämmerwacht, oder? Darum könnte eine Hülle sein. Schau mal da in die. Das ist ja dieser Haus schwarzt worden. Ich glaube, die wohnen auf großem Fuß. Ich glaube, die wohnen auf großem Fuß. Ich glaube, das ist ja der Schuss. Ich bin aber richtig, wie es ist. Du? 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 Und da? Du? 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 Hallihallo, du scherzenhaft legt. Söldner. Hier ist schwarz, du an die Sündel. Viertelhautschub. Wo ist denn? Der Baby, der verbrennt ihn an euch. Eine schwere Rüstung. Ja gut. Mit dir hat er zwar mehr Einstecker genommen, aber du schleppst ihn mehr umeinander. Stahlpfeile. Ein paar mit. Wann kostet nichts. So, das legendäre Haus Schwarzthorn. Was tue ich denn? In der Urkunde. Die Urkunde und der Schatz. Keine Sekunde, zu verringern ich mir in diesem stinkenden Kerker. Benutzt er und verliesst mal ja auch mein Kopf, als mich zu zählen. Woher sollte ich denn wissen, welcher Einwanderung der Mann? Was war das? Was war das? Söldner, wenn der Problem ist, wo geht's? Führer. Nugel dir an die Mauer. Lassen wir die Spielchen. Die rutschen wir so. Genug. Was heißt, euer Kopf? Das war schon alles. Ich liebe Herausforderungen. Hey, hast du ein bisschen Angst? Ich bin mir ernst genug. Sterbt! Sterbt denn! Ist da jemand? Was? Das war's schon! Wer habt ihr nicht drauf? Glaubt er nicht. Ganz leicht gebackt. Ach so. Ich hab' kein Brotzeug gemacht. Da brauchen wir wieder ein bisschen Magic. Beten wir denselbe. Erzürnen. Richtig was. Das war's. Das war's. Das war's. Schulpfenkih must again. inta Soll ich jetzt drüben und drüben zu machen? Aus eurem Fell mache ich mir einen schönen Käppigkämpfchen. Richtig. 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 Die schwarztorngesindel. Du bist ja mehr Vermögen. Halt die anderen Gegner. Gibt nur eine Runden. Braucht deinen Schatz und die Urkunde. Auch Münzen. Gibt mir selbst gespürt. Besitzurkunde. Frust. Von nem Pferd. Na gut. Wenn im Mund. So. Da gibt es wieder munter Tränke. Geh. So mag ich das. Bleibt grad nicht in Frage. Malte Schatz. Da geht wieder all. Hallo Schatzi. Der hat langsam Masse gemacht. Da haben sie noch rummet. Das war der ungewöhnliche Stein. Und da hinten habe ich schon ein paar gefunden. Was ich damit tun weiß ich gar nicht. Geh. Himmelsrand. Und die Rumpelkomme. Ja gut. Mehr gibt er nich. Geh. 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 So der hat aber den Schädel gespalten. Ihr seid tot. Tot. Hm? Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Geh. 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 Ich habe Angst vor dir. Blocken, wirklich. Ich weiß nicht, der 20. Die Scheine. Bringen wir aber gerade nix. Hm? Hey! Jetzt! Scheiße, ich habe da voll wie ein Schuh wie eins. Jede Gegner ist überpowered, gell? Gebt einfach auf! Was? Rotter! Komm schon! Mal sehen, was ihr daraus habt! Doch, das dazu. Nix mehr, oder? Die dumme Sau. So, den Tepp mir aber hinter den Hosen geschossen. Das habe ich mich kennengelernt. Aber, mein Schädel so ist die Trottel mit der Seine mehr. Das ist aber der Söldner. Komm doch noch mal. Dann schieße dich gleich noch mal rüber. Was ist das ever? Wer ist der Kultist? Blätter du denn wieder? Endlich ein würdiger Geht So, dann nehmt er der Maus los über Powerdys Und hier gehen wir Der Kultisten Depp Kata, nein! Steig, links ab! Der ist schlug von hinten So, nur bloß neu Prüfung Aber das ist eine Mission, weiß gar nicht Hinter mir Frust war Pferd, oder? Kann ich sehen Pferd, achso, der ist da hinten Der Luis Werde der Luis gewinnen In die Richtung, ja gut Dann galoppieren wir mal hin zum Luis Hey, durch hierher, wie sie sprinten können Da befindet sich allerdings mehr da hinten Da befindet sich allerdings mehr da hinten Oh Gott Bin schon vorbei Moment Pferd, schaffst du das schon, oder? Na gut, Pferd muss das können Ja Luis, wo sind ihr seid? Okay, da ist er So, wie schaut denn aus? Kommt du Vettelbraucher Führen wir den Tausch durch Ja, ja, hier, bitte Ich verschwinde jetzt lieber So, der Pferd, oder? Auf damit Wieder glücklicher Kunde Auf damit